und keine ahnung da wo man die klötze raus zieht wie heißt denn das man kann klötze rausziehen ja dieses bauklotz spiel gedöhnt da hast du den jetzt aufgenommen ja mit aber wie lass ich den wieder los mit g ach so ist das eine komische tastaturen belegen hast du mich gerade angeboten also hier kann man schon mal so ein bisschen testen wie das alles funktioniert das finde ich ja gar nicht mal so verkehrt ja ich habe alle nein einer steht noch nein der steht gar nicht da steht einer nein 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 der steht nein der steht ich sehe das ganz genau das eigentlich wieder auf siehst du jetzt nicht okay jetzt liegt er ich hänge fest ich komme nicht mehr weg wo ist da mein brüderchen hingelaufen der guckt schon im lkw ja klar ja warum bist du eine frau und auch nur nicht gerade hübsche frau bist du also ich finde mich da hübsche nimmst du das eigentlich auf oder ja auch aktuell jetzt aktuell jetzt schon was hast du denn hier schon alles in den tun würde du bist ja meister war könntet ihr mal hier oben aufräumen ja die schmeißt alles um weiß ja und lässt es dann liegen guck mal guck mal guck mal hier sind hier sind feile auf dem boden wann ich dachte es ist ein horrorspiel indianer körper und indianer wir sind zahlen oder irgendwas keine ahnung was wohl jetzt mal aufbauen sollen bevor du uns einlädst hier weiß wie lange ich das schon nicht mehr gespielt habe ich muss selber erstmal wieder reingucken hier was hier so los ist schuldigung ich bin schwer dir die dinger hier gegen kopf schmeißen ach du ziehst sie da raus das ist hier dieser turm ja ja kann man sich auch bücken ja warte ich zieh mal den raus ich soll ich mal nach einer mission gucken oder ich dachte dachte irgendwie ja oder also also wir brauchen aber wie kommt man denn jetzt noch mal in diese ausrüstung geschichte rein wie machen wir das jetzt mit ts noch mal gehen wir daraus ich mute den ts einfach oben mit dem dass ich da das mikrofon komplett stumm schalten dann musst du mit v und b im spiel reden also wenn du v oder wenn du drückst und dann na b was waren bb war global global genau da hört sich jeder egal wo er sich auf der karte findet und v hörst du dich so dann würde ich sagen wir uns einfach mal bei der es war ja ich habe ja ich habe ja so ich habe jetzt mal tss gemutet hörst du mich ja höre ich höre mich ich höre dich ja und pulsar jetzt wieder mit den ohren hat der muss wahrscheinlich da muss wahrscheinlich noch mal in den einstellungen sein mikrofon da auswählen nach einmal mit profis ich gehe noch mal in ts hatte macht das ja ist ganz schön schwierig ich habe das spiel schon mal ausprobiert gehabt pulsar spielt das jetzt das erste mal und finale hat das wohl vor 100 jahren mal gespielt mal sehen wie es wird wie waren das jetzt eben ja das hält cool auf dich ich dachte du hörst uns nicht im spiel weil du nicht mit uns redet ich habe gerade gesagt dann gehe ich noch mal ein ich muss ein v drücken wir haben hier die ausrüstungs liste wir haben von den sachen videokamera jeweils eins glaube ich warte mal und das muss wirklich die v taste sein ja oder du stellst du dir eine option um ok willst du noch was umstellen dann warten nein nein ich will ja nicht was ich habe jetzt dieses tinglewood drive da ausgewählt gut dann lass uns nach tinglewoods drei fahren ja aber ich bin der meinung wir müssen irgendwie noch die ausrüstung hinzufügen das können wir doch hier an bord machen oder nie ganz links ganz rechts auf der mal auf dem rechten und mal auf dem linken weil du dich bewegt ja das doll wie es da raun weißt du kommt von links kommt von rechts kommt nur von links irgendwie und jetzt und jetzt hallo hallo guck mal da oben ist der mund bewegt sich aber nicht da steht fest aber guck mal es regnet ist viel wichtiger das regnet wo regnet muss er musste mal kicken ich gucke ja ich brauche eine brille naja geht dir doch mal diese sterne aber kein regen was hast du für eine grafikkarte bist du ja da ist doch regen c64 also ist der staub gerade der hier durch die gegend flüttelt ja ja da guck doch mal weiter guck doch mal durchs fenster ich gucke ich gucke ja da ist nichts bei mir ist stern klarer himmel keine wolke am himmel ich sehe das kommen wir werden sterben wieso sterben siehst du da denn kein regen beträgt da es regnet nicht wo soll denn das da regnen da regnet nischt ne wenn du mich ankietzt regnet nischt da hast du recht du bist so hübsch musste ich einfach nur gucken nein du hast kein regen das ist doch dein server guck doch mal wie es funktioniert hier ich habe euch gerade vorhin schon gesagt an dem board müsst ihr nach der ausrüstung ja guck mal du hast doch schon was ausgewählt jetzt drei video kameras zwei mf messer ich denke ist drin drin wenn wir losfahren oder ja ok wenn ich mal zurück erst mal los was haben wir hier muss man das mini aufgaben wöchentliche herausforderungen finde den korrekten geistertyp heraus sammler knochen schließe ich schieße drei sternen foto schließe den hausmann hat ok jetzt soll man sich sterne fotografieren man hat schon so wenig bilder und dann soll man sterne fotografieren du sollst ein drei sternen foto machen das soll dann drei stunden gehen wo das ist keine ahnung ok fahr los ich jetzt mit euch ich habe keine ahnung wie man jetzt hier los warte mal muss man vielleicht hier auf den knapp weiß ich keine ahnung warum soll ich denn schon wieder fahren weil ich hier nicht anklicken können ja gut ja ja ich wollte hier eigentlich auch schon am radio rumspielen aber man kann keine musik muss den aufgang flächers annehmen ihr müsst auf das board klicken und dann breit das war ja sowas warte mal warte jetzt ist ja hier gerade warte ja hier ist gerade wollen wir die noch mit reinnehmen ja dann warten wir gut dann muss ich noch mal rumswitchen hatte ich will mal gucken ob ich wie kann ich denn so gar nicht noch mal option sprach aktivierung umschalten ich mache mal sprach aktivieren weil dann muss ich immer vordrücken hört ihr mich nein jetzt mal echt weil ich habe gerade in optionen die sprache umgestellt aha auf was hast du umgestellt nicht push to talk sondern generell reden ich habe keine lust an dort das vorzudrücken weißt du wie machst du das du drückst escape gehst in option ist auch audio und dann steht da push to talk und dann klickst du da auf den pfeil und dann muss immer reden nicht mehr die v-taste ja man macht ihr hier so ein fingerspagat damit war ja 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 gut aber ihr müsst daran denken dass wir nicht lokal sind dass wir dann trotzdem eine taste drücken müssen ja dann drücke ich einfach v b b b musst du dann drücken ich habe das jetzt auch umgestellt du kannst jetzt nur wenn du so weit weg bist dann kannst du nur den anderen nicht mehr hören dann müssen wir ja per funk gerät reden da gibt es eine richtig schöne location das ist eine schule oder sowas über drei stockwerke mit keine ahnung wie 40.000 räumen da ist definitiv angebracht ja hauptsache wir denken dann auch dran und wenn wir weiter entfernt sind ja sag mal sind das alles sachen die du schon hast du da liegen die hier einfach nur so rum frage für ein freund ja ja warte mal ich guck gerade mal also das hier doch das sind alles sachen die schon kenne aber so weit ich weiß habe ich die gerade aktuell nicht im inventar du musst die ja kaufen ja ja wir hören dich gut also muss ich frau drücken okay ja aber du kannst es auch umstellen dass du und dass du wenn wir lokal sind keine taste drücken muss escape hat er gerade gesagt erklärt escape denn auf optionen denn auf audio und den sprach aktivieren der polatta gerade noch also müsste dati zu achten gerne du stehst zu weit weg übrigens ich dachte ja 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 das bist jetzt bin ich ich das bin ich mal könnt ihr euch schlecht mal andere avatar aussuchen ihr seht alle gleich aus wollen wir uns darauf einigen dass wir wieder für die komplette ausrüstung zuständig sind weil die kerle haben keine ahnung dann guck mal bitte ob du noch irgendwas hinzufügen kannst oder ob wir noch etwas brauchen ich hätte gerne eine kopfkamera ja ich auch aber ich habe keine mehr das ist ärgerlich hast du hier gerade den avatar geändert ja auf das bild klicken ja aha warte mal kann ich denn auch man spielen ja dann ja auch kerle ich gehe mal hier weg dann könnte ich bin auch schon bereit ja tschuldigung wir wollen den sich gucken dass wir trotzdem mit dem lkw fahren oder wenn alle bereit drücken geht es los drücken geht es eigentlich los kann ich wissen dass dass ich hier noch etwas welche ausrüstungsgegenstände draufklicken auf das board und dann hast du rechts und pfeil da kannst du dann auch noch mal klicken und vielleicht sollten wir dir sagen dass xerxes aufnimmt nein mache ich nicht ist doch ein geheimnis doch doch das ist schön dass du hier nicht zu sehen ich hätte noch eine taschenlampe als lachstimme nach kannst du dich auch mal ändern geh mal kurz ich zeig dir mal gerade wie du da stand guck mal guck mal wie du gerade da stand zu stand kam so da ja so lese ich halt das ist aber weiß was noch lustiger aussieht wenn du so machst auch zwei stück reichen also ich nehme wieder den 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 temperaturmesser ja ich habe salz hatte ich kreuz da ist der temperaturmesser ja ich weiß gar nicht dieses den geister also den wieder wir brauchen nur ein geisterbuch bin ich der meinung aber wenn wir sterben dann verlieren wir die sachen oder wir brauchen nur ein geisterbuch wir brauchen nur eine geisterbox eine uv lampe bin ich der meinung brauchen wir auch nur eine taschenlampe sollte jeder von uns haben also brauchen wir vier vier starke taschen hast du ja immer noch nicht geändert video kamera da wird angezeigt dass man sechs bräuchte aber wir haben ja doch hast du aber drei drin du siehst du noch gleich aus na du ich bin typ man braucht die nicht man kann ich bin halt die für die jahren zu machen zu sex weiß ich nicht brauchen wir das manchmal ist eine aufgabe ja ja muss ich hier vielleicht noch mal bereit anders klicken ja sollte es vielleicht noch mal bereit klicken nicht bereit bereit aber sein avatar hat sich nicht geändert ihr seht immer auch alle wunderhübsch aus weil es soll wahrscheinlich neu starten und ich weiß dann dieses blöde ding die diesen imf geisterbox die geisterbox die nämlich mal brauchen aber wie gesagt nur eine bin ich der meinung mir wird es angezeigt dass hier gar keine bei ist ich habe auch nicht mehr so viel ausrüstung gehabt ja deswegen nehme ich ja jetzt eine mit ja warum hast du dann kein geld weil wir das beim letzten zocken alles ausgegeben hatten weil wir schon auf schwierig gespielt hatten ja und wir müssen überlegen wir müssen überlegen habe ich das sind alles bei dazu gehängt zu ich weiß es nicht wir werden sehen wir probieren es einfach aus genau da ist das salz haben wir jetzt alle bereit ich bin bereit nur viel nachhaltig doch ich hatte doch auch bereit nein hast du mich ach so wo alles begann ok jetzt bin ich ganz alleine endlich geht's los hat ja nur 17 minuten gedauert hallo jetzt sind die sachen auch alle da ja siehst du ach guck mal da sieht ja ganz anders aus so was braucht man denn jetzt hier so ein feuerzeug das ist ja schön ich habe jetzt drei gegenstände mit jetzt müssen wir doch zwei geisterbücher bei warum keine ahnung aber wie ich nehme den 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 mp da mit oder wie die ding heißt habe ich auch machen wir brauchen noch den temperaturmesser den muss noch einer mitnehmen immer den temperatur wo sind der temperaturmesser okay warte ich nehme den temperaturmesser wo sind der ich bin von der presse ist es übrigens so was machen wir jetzt überhaupt reagiert auf alle oder nur auf einzelpersonen auch alle betty dann komm mit du rum willst du zieht zumindest so aus ich brauche licht mit licht vorgehen einmal licht verdammt wir haben ich habe nachts sicht alles gut du hast nachts sicht das ist sehr schön aber es gibt kein lichtschalter oder doch eigentlich müsste das ja nicht weiter geben da sind bilder alle tut ja ja alles super nach guck mal ach ach das ist ja das haus wer möchte in den keller gehen naja wir alle oder ich gehen hier wir müssen jetzt erst mal hier gucken du musst jetzt nach geistern in den schränken hier kann man die jungs verstecke ich habe ich vergesse nur immer wie man die dinge ist man ein schönes bild wo seid ihr du stehst hier macht wir so ein geister suchen wir kannst doch gar nicht looten nein aber hier gibt es kein geist können gehen alles gut wo ist dann der keller können wir auch das licht wieder ausmachen ja ja aber das geht auch automatisch wieder aus ja irgendwann nicht ausmacht wo gibt's denn jetzt wie macht man tür auf ich hatte hier ein geräusch ich hatte hier ein geräusch und schlurfen das geht nun wo mir licht dann wahrscheinlich im keller oder ich weiß ja gar nicht wo der keller ist ich war gerade im keller da ging das licht auf was stehen hier so neben mir dann ist da der geist wo bist du ich bin da im keller äh es ist im keller ok ah hier ist der keller wo ist denn der sicherungskasten hast du ihn auch schon gesehen da ist er doch oder licht ist an hast du gerade gestöhnt ich stöhne hier nicht ich sehe nur einen kühlschrank oh gibt es was zu essen warum läufst du denn die ganze zeit mit dem kopf im kühlschrank hinter dir der stuhl da mach ich aber nichts mit dem stuhl ne das war der geist äh wir sollen jetzt den geist sehen und film und fotogramm wir haben ihn gesehen er ist da hab mal ein foto gemacht ja war leider nichts zu sehen oh da kommt sie was hat sie denn hier weiß ich nicht was hast du denn ja entschuldigung ich bin hier was ist denn hier ja also der stuhl hat sich gerade bewegt da hinten der schaukelstuhl ich hab ein foto gemacht ja hat sich ja nicht schön gedampft ja ich habe auch was gehört warum ist denn hier licht aus wo ist denn der lichtschelter vom keller ja wie wie was glaubt ihr eigentlich an geister also ich habe hier noch keine sehen war es nicht mit die kamera hier hinstellen da konntest du nicht mit gehen stellen mit g schmeißt du die weg ja hab doch vorhin gerade eine option und was gelesen warum machen wir das jetzt weil wir dann von draußen gucken können aber du hattest doch jetzt hier gar keinen ausschlag großartig war ist der geist noch leicht woanders doch doch ich hatte hier ausschlag ich muss nur irgendwie gucken dass ich so hinstelle dass man auch gut in der sicht sehen kann wenn fotografieren pulsi hast du schon wieder den sicherungskasten ausgemacht du musst b drücken wenn du mit mir redest wenn ich nicht neben dir stehe ja dann höre ich dich nämlich auch ja hier schlappert alles ich will mich jetzt ja nicht mehr rum ach so das bist nur du fina fina schlappert an dir okay ich geh wieder so kannst du mal gucken ob du jetzt auf die kamera noch zugreifen kannst ja kann ich gut alles klar dann lass ich die da jetzt stehen und hole noch eine um die woanders hinzustellen weil hier war ausschlag unten also das hatte kurz ausgeschlagen wer hat denn jetzt diesen temperaturmesser hattest du ihn nicht dann hatten pulsi bestimmt kann es doch nicht aus dem dunklen kommen ja zu essen gibt es nichts ne überhaupt nichts ne zeitung gibts hier cocking pro ja ist die light version den hund ja wenn du treppen und auch so nicht so ja aber seitdem sind hier keine bewegung mehr oder was sieht denn jetzt das ding hier was ich in der hand habe also die peter ist 2 habe mich gerade gewundert der herrungskarten ist mp2 also das heißt dass aktivität doch guckst du mal von wann die nachricht ist ich habe mich gerade schon gewundert dass da hier jetzt ein geist ist weil ich nicht mehr da ist und redet auch noch was also ich glaube hier gibt es kein geist doch hier gibt es ein geist hat mal jemand den sicherungskasten ich bin hier gerade irgendwie glaube ich im komos zimmer ich habe hier und was wieder reingemacht ja ja es war gerade auch ausschlag bei ich mag dieses spiel nicht warum die machen pause war da sitzen die hier gemütlich war und wir trinken ich dachte jetzt einfach mal hingucken was ist denn das hier durchschnitt so was haben wir denn wertezeuge einer geister erscheinung haben wir schon entkommen wir den geist während einer jagd er musste schrank oder sowas wo waren da schränke ja also das hier zum beispiel das ist die geister box damit kannst du da muss rumrennen und fragen stellen und dann kannst du eine antwort kriegen dann nehmen wir das doch vielleicht will der reden hallo geist ich dachte ihr kommt mal mit hallo ist jemand hier hallo ist jemand ich habe das ding auch in der hand ich wollte ja mal kontakt aufnehmen haben die zahlen was zu sagen also bisher nicht was machst du mit der kühlbox hallo becky hallo becky hallo becky was sagen denn die zahlen wir haben hier gerade 104 105 irgendetwas stöhnt hier betty betty schreibe ins buch ähm es flackert bei mir so pflicht ja dann jagt sie wem die jagd ja wenn das licht flackert dann solltest du dich verstecken weil dann ist er am jagen wo verstecken wir denn hier unten betty schreibt mal ins buch hier betty betty warum hast du denn das teil da hingelegt ja damit die da rinschritt ne hier das ding das ist ja richtig aufregend hier im deutsch äh hallo hilfe äh 10 versteckt euch äh die tür ist gerade zugegangen die eingangstür sie jagt mich sie hat getötet sie jagt mich sie hat getötet oh also alle die noch draußen zumindest ist wieder vorbei toll jetzt wo ich versteck gefunden habe ach du scheiße ich bin tot ja ja hehehe das ist ja toll ja dann läuft so toll sie ist sicher weißt du eke wieder nicht uuuu soll dich mal ins buch schreiben ähm er kommt hier aus ner wand raus war das cool da dranne ja er musste das licht anmachen oh oh nein 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 seh ich den geist da ist er ja ich sterbe ich sterbe ich sterbe ja du stirbst fuck schade sieht man gar nicht doch da stürzt sie oh tragischer tod lebst du noch ja ich lebe noch du ja ich lebe jetzt nicht mehr ne aber guck mal wie du hier jetzt nass ja aus der wand raus guckst schön dass du dich darüber lustig gemacht hast das ist nämlich jetzt die rache so ja ich weiß scheiße aber jetzt haben sie eine taschenlampe die sie benutzen können super ach Gott dann gucken wir mal was die machen die trauen sich 100 pro hier nicht rein die fahren jetzt weg wach und lassen uns hier drin guck mal guck mal ach ist das schön meine gehöre geh doch mal vor das ist so geil der lichtschalter der lichtschalter ist hier hier ist der lichtschalter hier hier ist ein lichtschalter glaube ich ja nutz ihn so und so was hier ist übrigens der schrank in dem du dich verstecken kannst ja und unten im keller ist eine taschenlampe hier für dich damit du nicht mehr sehen die uns eigentlich oder ja die können uns sehen guck mal ne mietzi was müssen die jetzt eigentlich wirklich konkret machen hier gucke ja ne die haben wir bis jetzt noch gar nicht aber die sehen das gar nicht da war glaube ich da war gerade hat du mietzi gesehen oder hast du käppi gesehen ach so der reagiert gar nicht darauf wenn ich dem was an kopf schmeiße was sind das für spinnenweben hier drin ich glaube das sehen nur wir weil äh sind die jetzt runter gegangen wo sind die jetzt hingegangen also pulsi ist raus ne so warum steht bei mir 0% und bei dir irgendwie 52 bist du rufgericht oder nein das ist die sanity das ist einfach weil ich mehr hier drin war als unten bei dem geist ich habe die ich auch nicht sag mal wenn ich das bild in der hand behalte kann ich das dann aber du kannst den leuten an kopf schmeißen dann geht da so ein journal aber die reagieren ja gar nicht darauf haben wir irgendwelche beweise gerade im journal gibt man hier wieder guck mal ms 5 mit geister box hat das glaube ich auch nicht drauf reagiert genauso wenn ich irgendwie ins geisterbuch geschrieben darauf die geisterbox hat sie reagiert rein ja und da sind eine taschenlampe ja und zwei leichen habe ich heute bei fans auf sofort schon genug erschreckt ja die affen sind voll laut ich finde es gar nicht so schlimm ehrlich also ich habe mich da auch schon ein paar mal schrubt auch hier bewegt sich doch wieder was war ja der spiel bewegt sich wir können übrigens den geist auch sehen ja ja ich habe den gesehen wie er dich umgebracht hat ach ich wollte dich erwarten ne bitte hier da ist eine taschenlampe die sieht aber scheiße aus du bist ja nett ach was ist hat die was ist die denn passiert hier eieieiei gehst du den hammer den habe ich mir vorhin auch angekickt ok mhm könnte uns auch gleich blühen ja also je länger wir hier drin sind ja ja jetzt werden gegenstände hier durch die hände geschmissen ach endlich hat sie es mal gesehen schmeiß mal das das bild zur taschenlampe damit die das sehen ich habe das kriegt die das bild nicht mehr hochkommen wo ist denn die taschenlampe da hinten in der ecke da tauschen Kuh das kriegen sie wieder nicht mit na jetzt bin ich ok dort ja ich sehe grad wie Puls hier in gebracht wird ach na da hängt er Junge hammerpulsig guck mal und was macht sie sie rennt sofort raus wie geht's dir denn ach was ist die Tote na ich bin der erste Tote aber guck mal was du da machst die ist voll der Schisser die rennt grad voll raus schnurstrang ist grad raus und so gerannt und sagt nicht mal was ne ich hab keine Ahnung was du machen soll ja was macht sie jetzt guck mal hier wurdest du umgebracht ja bei der Linie wo die ganz oben ist ja und was wartet jetzt ne ein Geist der wollte mit dir nichts zu tun haben aber sie sollte zurückfahren eigentlich jetzt ja aber wir müssen wir müssen erstmal hier die die äh die Dinger ein na wir nicht mehr das muss sie machen ne ne das können wir auch noch machen können wir auch noch machen wenn wir die richtigen macht irgendwie punkt ist abgehakt ja die macht selbstgespräch was hast du da in der hand das journal mit j und das journal mit j kommst ins journal und da kannst du dann die ganzen sachen anklicken was wir für beweise haben was mach ich jetzt immer bitte kaffeekasse für wegfahren schmeißen gar nichts tun für hier bleiben schmeiß mal einer ne kaffeetasse weil bringt ja nischt ja bloß wir müssen uns da erstmal ausfüllen oder ja aber Geisterbuch hat sie nicht geschrieben Fingerabdrücke haben wir keine gesehen Geisterbox auf jeden Fall ich trinke mal den Kaffee ach so weil ich jetzt die Kaffeetasse hoch hier oben hab alle knapp und ich dachte guck oh man verrückt alle verrückt alle verrückt ach ist jetzt schön ich bin in diesem Spiel komplett sinnlos ja der Geist war ein Fatum ja ich hab ein Fünfer gemacht ich bin reich also um was geht es da eigentlich ich komm mal Also pass auf